Okay, Intervall 08, Verzweiflung, Verfall, Situation, S-Wade soll auf dem Weg zu District Auburn sein, um nach ihrem Vater zu suchen. Die technischen Offizieren und der Frontmann von 4 begeben sich mit SSEGD-Einsatzagent Holliday per Helikopter nach Auburn. Die Satellitenaufklärung durch Hannibal 3 zeigt eine beachtliche Replika-Streitmacht in der Nähe der Armecam-Anlage. Paxenfeld-Spice-Signal wurde ebenfalls im Gebiet entdeckt. Mission, der 4-Fontmann versucht als erstes Alice Raid in Sicherheit zu bringen. Sobald sie in Schutzhaft ist, wird das Team in die geheime Armecam-Anlage eindringen und Harlem Raid suchen. Wow, fast fehlerlos. Ich krieg's noch hin. Drücke hin, die Beliege, Tastung, um fortzufahren. Ja, ich weiß nicht, wie lange ich da gelesen habe, wie viele ich da hatte. Deswegen, ja. Die UTM-Koordinaten von Wayne's Laptop liegen mitten im Rammelmeyer Industriepark in Obern. Der wurde schon vor Jahren geschlossen. Warum dort? Also ich hab mal ein bisschen nachgefolgt. Armecam hat das Gelände in den 40er Jahren vom Staat gekauft. Und jetzt kommt's. Es gab einen unterirdischen Militärkomplex in der Gegend. Ich glaube nicht, dass Armecam interessierte, was auf dem Gelände war. Sie wollten das, was darunter ist. Und ich schätze, das hat was mit Origin zu tun. Wir sind getroffen. A2 Stürzen ab. Wiederholen. A2 Stürzen ab. Fuck. Halte euch irgendwo fest. Wieso passiert nur uns solche schlechten Sachen? Wieso? Wir sind doch die Guten. Echt jetzt? Er scheint okay zu sein, aber der Pilot ist tot und Yin hat's übel erwischt. Was ist mit Ihnen? Ich werd's überleben, aber Schlittschuh fahren werde ich so schnell nicht wieder können. Okay. In dem Fall bleiben Sie bei Ihnen und warten auf die E-Mack-Einheit. Wollen Sie ihn wirklich allein da hinschicken? Diese Jungs fackeln nicht lange. Wir haben keine Wahl. Vettel könnte überall sein und Alice ist ganz allein da draußen. Bis die Verstärkung eintrifft, könnte sie schon tot sein. Wir sind noch ein paar Kilometer von der Rammelmeyer-Anlage entfernt. Also müssen Sie zu Fuß dorthin gehen. Ich habe jede Menge Feindbewegungen in der Gegend. Rechnen Sie mit Ärger. Die werden bestimmt dafür sorgen, dass es keine Überlebenden gibt. Ich habe gehört, Sie sind echt hart im Nehmen. Hoffentlich stimmt das. Ich bin nicht nur hart im Nehmen, ich bin der Beste. Sie wird schon wieder. Um Sie mache ich mir Sorgen. Wieso mich? Ich bin der Beste. Oder Gespeicherung, Checkpoint. Sowas hasse ich. Okay. Die Tür geht nicht auf. Die auch nicht. Das ist eigentlich die perfekte Location. Vor allem Grusel-Szene. Das ist wichtig, dass die Grundwasser-Kontamination in Umbehörden von der geheimen Abercam-Anlage ausgeht. Deshalb müssen die jemanden zu dieser Kläranlage geschickt haben, die fürchten, dass man das zu ihnen zurückverfolgen kann. hmmmeh salvar Truthsene. O.K. Gibt es hier irgendetwas? Nein. Nur einen alten Kühlschrank. Hier geht auch nicht drauf. Jackpoint wurde gespeichert. Öt visual env�cup. анс Como neystem fez. Ä�� skype. Ah, der hat mich gesehen. Scheiße. Komm, schnell, muss ich ihm auch... Ach, nö, nicht so ein dicker. Aaaaaah. Fuck. Toll, perfekte Gelingen hat jetzt mal einen dicken um die Ecke zu kommen. Alles voll mit drauf. Und ich hab keinen Minen. Fuck you. Scheiße. Und. Boom. Ja. Ich bin tot. Laden. Okay. Den lassen wir vorbeiziehen. Und auf den jetzt. Zack, 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 zack. Okay, einige Treffer haben wir ihm gegeben. Verpasst. Gegeben. Treffer geben, ja genau. Oh, eine Granate. Quick safe. Ah, da ist er. Zack, 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 zack. Immer schön weiter auf den Kopf. Nachdennen. Mach seinen Kopf. Okay, den jetzt. Zack, zack, zack. Erledigt. Stumm, geh wechseln. Bruder. Ja, erstmal nachlagen. Stumm, geh wechseln. Ah, da ist einer. Und rauf beide an unten, das ist die Wachsee. Ah, zwei Medipacks, schnell. Oh, Mine. Schön. Was? Erstmal nicht hier rein? Ja, geh doch weg. Ah, okay. Mine, Medipacks, schön. Och, noch zwei Medipacks, scheiße. Ah, da ist er. So, erledigt. Okay, komm ich nicht durch. Da würde ich durchkommen. Erstmal Quikseffahrer. Gehen wir mal hier und holen sich uns erstmal die Sachen. Moni und Amor. Ah, da ist noch jemand. Boah, dieser verdammte Huren so schmeißt direkt eine Granate auf uns. Nicht schön. Ja, hier komme ich nicht durch. Okay, hier gibt es auch nichts. Okay, hier komme ich auch nicht rein. Wo ist hier etwa da runter? Äh, ich muss mal schauen. Oh, 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 boost, 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 boost. Ich will den Boost. Wer schmeißt da die Granaten? Quikseffahrer. Ah, ich habe dich schon gesehen, du Hurensohn. Dein Helm leuchtet so schön. Ey, der hat sich echt gut versteckt. Wieso so ein Hat die Granate, äh, die Treppe weggebombt? Ich komme nicht mal Hurensohn zum Boost. Kaputt. Äh. Kaputt. Kaputt. Heli. Rein, 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 rein. Da geht es wahrscheinlich weiter. Umschauen. Oh, Midi-Pack. Ah, die Granaten habe ich voll? Ja. Oh, noch ein Midi-Pack. Schön, Omoni. Drei Midi-Packs, meine ich, sind jetzt okay. Ja, der Fahrstuhl ist auch kaputt, war klar. Okay, dann sind welche. Bisschen mit der Taschenlampe spielen, um die herzulocken. Ah, da kommt der, da kommt schon der Erste. Okay. Ah, da ist der Zweite. Erledigt. Boah, stirb. Huah. Toast ist er. Gibt es hier hinten etwas? Nein, wie es aussieht nicht. Ah, doch. Das war der Weg zum Boost. Stimmt. Schön. Jetzt habe ich den Boost. Okay, da ist nichts. Okay, was ist das? Erstmal Glückshake. Wow, fuck the Power Armor. Zack. 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 Ah, ich hänge irgendwo. Zack. Schnell durch die Tür, durch die Tür. Zack. Zack. Scheiße, keine Muni. Pen Tracer, los, los. Da, 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 da. Fast down. Schnell hinterher und doch. Da, 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 da. Komm schon, komm schon, komm schon, yeah. Ja, Mann. Schön. Zu Wort ist es wieder ruhig. Musik. Ä Casey. Gut. Was. � котор. Das war. worse. Was. Ballrahata. Loicher. 1. 2. too. Noch- 1. $1. Diablo. Secretary. so die zwei schön ausgeschaltet die stelle sind überall gegner jetzt in den gebäuden entschuldigung ich bin jetzt hierhin verrotzt toll schaffe ich es darüber zu springen überhaupt wegsafe rein springen nämlich die erstmal um die daraus zu schalten wo ist der erste die solche leser wie ich da ist der nächste headshot das der dritte treffer und kommt der treffer erledigt schön tausche ich wieder mit meinem sturmgewehr entschuldigung ich habe heute echt ein bisschen frosch im hals ja ich laufe lieber mit dem sturmgewehr weiter und ich hatte ich technische probleme und blablabla da hat sich kurz aufgehängt des bildes stehen geblieben deswegen habe ich einfach mal zurückgesetzt schau mal einfach woher schießt und mich trifft scheiße problem bam tot